Farbenfroh ins neue Jahr. Am 1. Januar stand der Leuchtturm in Rostock-Warnemünde in einem ganz besonderen Licht. Zum 14. Mal wurde am Neujahrsabend der Leuchtturm in Flammen präsentiert. Ab 15 Uhr stimmten sich zahlreiche Besucher mit Glühwein und Bratwurst auf das Spektakel ein. Einige von ihnen schmiedeten noch schnell ein paar gute Vorsätze für 2013. Ja, in erster Linie möchte ich erstmal ein bisschen mehr Sport machen. Glaube ich, das möchte jeder. Gesund bleiben. Haben Sie Vorsätze für 2013? Nur die Gesundheit, das andere erledigt sich von selbst. Ja, wir wollen ein Haus bauen, meine Schwester will heiraten, also wir haben einiges vor und wir hoffen, dass es alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Ich brauche keine zu haben, ich rauche nicht, ich liebe meine Frau, also brauche ich keine neuen machen. Punkt 18 Uhr war es dann soweit. Mit Liebesliedern, Feuerwerk und Lasershow rund um den Leuchtturm wurde das Jahr prachtvoll begrüßt. Dieses Mal stand die Inszenierung unter dem Motto für dich. Und damit haben wir ja alle 70.000 gemeint, die hierher gekommen sind, um diese Show zu sehen, aber auch vor allem die 15 Sponsoren aus der Region, die diese Veranstaltung überhaupt ist, möglich gemacht haben. Höhepunkt der Show war der Auftritt der Band Rauschhardt mit ihrem Song for You. Ermöglicht wird die eintrittsfreie Veranstaltung alljährlich von Sponsoren und Partnern. Auch die Besucher selbst konnten sich an der Inszenierung beteiligen und mit Rettershirts einen kleinen Beitrag leisten. Dank dieser Einnahmen konnten am 01.01. über 3000 Effekte in bis zu 120 Metern Höhe erstrahlen. Es ist sehr gut gelaufen, es war wahrscheinlich eine der romantischsten Inszenierungen, die wir je erlebt haben und man hat es an den Reaktionen der Leute auch gesehen, dass es sie bewegt hat. Trotz Nieselregen und frischen Temperaturen waren auch in diesem Jahr Strand und Promenade von Menschen gesäumt. Rund 70.000 Gäste verfolgten den Leuchtung in Flammen 2013 und freuen sich vermutlich schon auf ein Wiedersehen in 2014. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020